Moin Leute. Heute zeige ich euch, wie das Sander und Jan eine mutwillige Zerstörung gewonnen haben. Aber erst. Natürlich. Das Intro. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 8. Stopp! Ich bring den um. Der geht auf Raider in der Fahrzeuglieferung. Oh Gott. Wow. Ja, das hast du bitte nicht gesehen, als du das nicht gesehen hast. Wie bist du dann so viel Schaden bekommen? Ich bin bei der Hydra zerpastet. Hallo, ich bin die Sander. Ich kann Hydra fliegen. Nein. Da ist nur Biker. Vorsicht. Nein. Und es sollte sich als Schaden bekommen, wenn der jetzt stirbt. Was ist denn wichtig? Wow, 10.000. Ähm, Laser ein bisschen. Hör auf. Ne, heute kann man mal nicht cheaten. Also ich würde damals als Casual sagen, wenn ich jemanden sehe, der in einem Millionen Schaden eine mutwillige Zerstörung hat, der hackt. Zwei Millionen hast du schon. Wie soll ich denn das einholen? Vor allem im Laser. Voller, der hackt. Larm. Der Sanderlord hatte 10 Millionen mit der Hydra gemacht. Guck mal, ob ich jetzt, äh, ob ich, ähm, 18 Millionen im Laser schaffe. Mal sehen wir. Oh, das war schon eine Million. Der hackt halt. Wawa. Lahm. Ja, Moin. Ich schieße einen aus mit der Explo-Megern ab und sein Wrath fliegt in mein Hebel. Ich hab' auch gesagt, man soll es unter Hydra den im Staffel schmachen. Ohne Vorherbrille ist das so schwer, alter! Wieso hast du ihn keiner auf? die ist kaputt dann repariert sie geht nicht macht trotzdem was ich immer manchmal mache ist aus glück am ende des auftrags schnell zum kaufrennen weil dann vorne noch fahrzeuge also luxor und die bringt immer richtig viel für mich nie gehabt wer hätte gleich beim paul schauer war überholen dennoch bauer bei meinem eben überholt mich halt wirklich du überholst mich zu 100% ich habe einen ausfall wenn du holst mich eh noch ein der habe ich ich stehe nur vor man bekäme die summe hier ausgezahlt die man an schaden macht das wäre eine schöne mission die billige zerstörung dann nein wieso abendet am Ende für wenigstens noch einsteigen können meine was die Welt vorbeigeht das wird man den Heli kaputt machen überholen mehr gut über 6 Millionen das reicht mir stehen 25.000 35 schöner Auftrag